Ein so furchtbarer Mord ausgerechnet an diesem heiligen Platz. Die Archäologen sind alle Jäger. Für die ist das sowas wie ein heiliger Ort. Das Universum vergisst nichts, wie jedermann sieht. Kein Missbrauch bleibt ungesühnt. Ihr habt meine Tochter umgebracht! Asgord, woher kenne ich den Namen? Kommt in der Ötta vor. Das ist die Welt der Götter. Diese modernen Wikinger-Armbäter. Die Niedstange ist die allerletzte Warnung. Er ist bei uns, Odins Atem. Das ist kein Gottesdienst für irgendeinen ihrer Götter, Thorstensohn. Das ist Mord.